Scheiße, wer... Nein! 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 Du bist so ein... Nein, er wäre es 1-2-1-3. Ja, stimmt. 1-3-1-3, Junge. Hast immer Glück gehabt. Greifen an, oder? Greifen an. Let's go to the beach, beach. Let's go. Die alle beach? Ja. Jetzt ist alles gelb hier bei mir. Alle Blendenkanne öffnen. Irgendwer hat mich irgendwo markiert drauf. Junge, was geht denn da? Ich hab die XP. Hier. 2... 1... Wo soll ich meine Smoke-Gids hinwerfen? Da war ich auch nicht mehr durch, wo ich meine Flächen schrauben soll. Ah, rechts, glaub ich. Warte, 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 bevor ihr das... Ah, Alter. Oh Gott. Wir hatten das schon gemacht. Der Level 8. Äh, next time wait for the smokes before you kick it. Links ist alles frei, lol. Rechts auch. Ich hab ihn, äh... Oben. Hab ihn. Links, hinten war noch einer. Oben ist noch einer. Ich hab einen. Stark. Äh, ich guck noch ob... Okay, Observation ist clear. Da haben wir einen. Da oben ist noch einer. Yo. Scoutet den dann und defuse ich. Weiß leider nicht genau, wo der ist, aber ich... Alle tot. Warte, bevor du auf die Füße... Wir looten noch. Guck noch, was die haben. Ich hab einen Molly. Oh, ich hab auch einen. Alter, das war grad... Smooth. Egal, ich hab keinen Gegner gesehen. Ja, weil keiner war Pit. Und ich hab einen weggesniped so halb über die Map. Das war schon sick. Ja, die haben alle einfach im Jungle gehockt. Ich wette, die dachten, dass wir Pit kommen. Alter. Ich hab den einfach nicht ausgemacht. Ey, guck mal. Das Ding ist in Security drinne. Junge krank. 2.0. Ja, aber ist das eigentlich sau asozial, weil die können sich einfach alle dahin hocken und da drauf ballern. Aber vor allem sind wir zuerst, die Faner, die checken das an. Und kopieren das. Das ist halt komplett asozial. Wir sind Angreifer. Okay, dann machen wir das als Verteidiger. Kann man da irgendwo irgendwas rein? Können wir eine Wall Breach eigentlich? Boah, das wär... Das wär die Idee, Alter. Das geht. Das geht. Das... Junge Philipp, geisteskrank, Alter. Alter. Ico, eine Milliarde. Wir gehen jetzt durch diese... Durch den Vent. Alle durch den Vent. Durch beide, ja. Jo. Weißt du, dann scouten sie die hier ab, denken so, oh, da kommen sie gleich rein. Bum, da geht die Wand hinter denen auf. Ich denke siehst du, schedh, bescheiden die smart. Schкраї, sch disobedzies smart. Müssen wir denn hin? Finden. Durch den Z-Band. Komm doch. othans zowel Anyone themselves du willst. Da seh's mich. Ich bin Rainbow Six. Der Rame, den ich schon. Montagna Main. Alter. Wir müssen's aufmachen. Ja, pass aber auf. Ich hab die Pistole, ich kann mich nicht von böse aufmachen. Mach sie denn auf. Äh, wenn du daneben schießt. Aber schieß, geh seitlich. Ich kann ne Granat reinwerfen auch. Ich fleßt? Ich flest. Schießt. Bist du oder ich? Junge, wir sind schon längst drin. Ihr überlegt immer noch darum. Hoppala. Hier ist die Security. Links? Okay. Ich kann gleich in den Nade rein. Oh, okay. Wie viele? Einer ist gestorben von uns, okay. My fault. Oh mein Gott, der kann nach Hause gehen, Alter. Oh, der da kam. Steppt da in den Vans? Wo ist denn die Bombe? In Vans kommen übrigens nur wir, Yannick. Ach so, das hört sich auch an. Die Bombe ist übrigens wieder zu, by the way. Hinterm, äh, Ding? War grad irgendwas. Das hab ich gemeint. Ja, da hockt er da unten drin. Lebt der noch? Nein. Alter, hab dich erschreckt. Geht wieder auf, aber ein Gegner lebt noch. Ja, der hat das gerade safe zugemacht. Ach so, ja, hast recht. Geh rein. Ne, links, hockt er. Na, der hat nicht einmal geschossen mit der Autoschartgang. Ich hab ne Autoschartgang gefunden. Ja, nimm sie mit. Junge, hat der echt unterm Tisch gehockt, oder was? Ja! Mit der Taschlampe an. Der hat ja kurz durchgeklippt. Nur ich dachte mir so, hä, niemals, Alter. Wie kann er sich denn da unten hin hocken? Es hat funktioniert. Ah, ne, hä? Ne, Spot ist falsch. Doch. Hä? Hä? Alter, geil! Die war ja ewig... Äh, wir hatten doch heute noch nicht einmal den Store. Ja. Okay. Wo gehen wir hin? Storefront. Ist eigentlich ein Klassiker auf dem Map. Wir haben keine Wallcharge mehr, ne? Wir können die Storefront. Wir haben Mollys, Alter. Hä? Wir haben noch ne Dings, ne Dodge Charge. Ja, wir können seitlich rein. Der Storefront. Ist eh die letzte Runde, lass da rein. Oder das Strom! Nimmt einer den Schrottgang? Ah, Yannick, okay. Ja, Fred, ich hab das Schrotze dabei. Wo ist denn das Licht? Okay, also wir gehen jetzt über Shad. Ja, richtig. Du musst es aufschießen. Oder wir treten es auf. Ich? Ja, safe. Ach, scheiße auf die Sniper-Digger, ich stehe mir. So. Ja, ja. Grab die Night Vision. Wir werden die Lichter öffnen. Und noch eins. Ja, mate. Meine Güte. Ich hab eh die Autoschrotze, ich hab eh der wichtige Spieler hier. Philipp? Ist gar nix, Digga, du bist gleich tot. Na, hab aber nen Job geklaut. Das Silo ist tot. Geh, geh da weg, geh da weg, Philipp. Okay. Ich hab ne Granate immer noch. Willst du den Schockern? Ich werde nade, richtig? Schau dir, ich nade. Boah. Ich hab einen gekillt. Stark. Mach's Licht aus. Boah, im Dings ist einer. Gleichzeitig gekillt. Wo ist eine? Im Freezer. Okay, ich kann flaschen noch. Okay, ist ja gut. Hast du grad das Ding gebaut? Ja, ich hab zwei Mullis geklaut. Wir müssen das Licht über der Tür irgendwie ausschalten. Ah, hier geht's. Ah, ich weiß nicht wo der ist. Da bin. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Rechts. Ah. Nice aim, Janine. Arcade, oder? Einer lebt noch. Hast du den grad wirklich bekommen, Alter? Ja, na klar. Im Teller. Im Teller. Go around. Defuse einer. Der andere stellt sich vor die Tür. Der kommt, der kommt. Nein! Ach, der mich bekommen hat! Ihr seid so ein Keks, Alter. Alter, Fred, du bist so ein Kek, ey. Nein, ihr seid so schlecht, Alter. Was ist da passiert? Ich hab mir gehört, dass die übrigens Teller öffnen können mit einer Shotgun. Ich wollte sie grad sagen. Also, die haben eben das Pit krass verteidigt. Deswegen denke ich mal, die werden selber Pit versuchen. Dann hab ich mich hier oben hin. Oder, Timo, gehst du auf zu welchen? Ich geh auf zu welchen. Hab ich ja gerade gesagt. Dann geh ich mal hier hinten so rein. Guck mal ein bisschen hier, was so... Ich verteil Stacheldräte im Pit. Pass auf, dass du nicht... Ich will's immer nur mal sagen. Da kann immer mal wieder so ein spontaner Lag kommen. Eigentlich will ich auch nicht rennen im Pit. Ah, halt, andere Seite. Von hier oben kannst du sogar Beat sehen. Ich kann sehen, ob die hier bei uns in den Pit rein wollen. Da fliegt was. Beach, oder was? Mhm. Oh, Beach, Smoke. Beach. Two. Die sind alle Beach. Ich komme. Alle Beach. Vier seh ich. Ja, das sind alle. Die sind hinter der... Die sind noch nicht durchgekommen. Die wüsst du, wo ich bin. Vielleicht nicht gut versteckt bin. Ich kann das Licht erscheinen. Ab zwei. Fuck, ich bin tot. Ja, meine Waffe hatte vielleicht ein bisschen... Schlechtes Scope für die Reichweite. Two enemies left player on time. One is in the corner. Okay, one in me. Ja. He is over left. Bin leer. Oh. Der ist im Pit drin. Also unten diesen Schützencreme kam. Wie heißt der Spaß? Ja, Schützencreme. Ja dann. In den Trenches. Jawoll. Drei Kills. Nice. Wieso gemacht die Runde? He 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 he. Oh, da liegt ein Timo. He 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 he. Junge, wie ist der unter den Schreibtisch? Das frage ich mich auch. Vielleicht irgendwie vom... Stockwerk drunter hoch? Ne, es gibt nur ein Stockwerk. He 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 he. Junge. Vielleicht weil der da gespawnt ist. Probier's mal. Wir können alle in Vault rein, ne? Wir hocken uns alle irgendwie in diesen Schreibtisch rein beim Spawnen. He 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 he. Nee. Schau mal, wir sitzen zu sechs da drunter. Dann können wir jetzt nochmal alle da unten hocken. Okay. Jetzt alle in den Vault rein. Ich mach auf und zu. Ich hock mich in der Counting und warte da. Ja, cool. Egal. Boah, das ist voll die genial Idee. Was? Boah, man kann... Aber ihr hockt nicht drin. Ne. Mit den ähm... Mit den Granaten... Über diese... Durch diese Glasscheiben über den Türen werfen. Blö. Ah, Philipp hockt da, wo ich mich essen holen wollte. Also sich gesnackt den Platz. Die steppen bei mir. Also eigentlich... Das war ich jetzt die Tür. Manager, ja. Du bist durch oder Manager? Du bist halt alle zu mir kommen, ne. Die alle Manager? Ja. Ehre. Assist Bonus. Kill... Ahhhh. Guck an deinem Fenster. Auch die man auf der linken... Ja, cool. Ja, cool. Ja. Gut. Ne, wiederholtes Spiel von eben, ne. Alle Feine... Alle Feine rennen ins Kreuzfeuer. Ja. Oh mein Gott, ich sollte relativ low sein. Moin Vetter. Ja, ich bin ja tot. Ahhhh, der Windzone! Warum sind die Manage... Egal. Nehmen wir ihnen noch einen letzten Kill für die Aufnahme. Äh, 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 äh. Die hier sind zu gut. K-U-T. Ja, Janniks Poweres Geräusch.